Saugen Sie ab jetzt Lesestoff so schnell auf wie ein Schwamm das Wasser. Haben Sie kapituliert vor der täglichen Flut an Lesestoff, über Sie hereinstürzt, Briefe, Zeitungsartikel, Fachzeitschriften, Beiträge, Fachbücher und so weiter. Wie sollen Sie das alles nur lesen? Und wie sollen Sie das alles behalten? Ganz einfach, werden Sie Speedleser. Mit meinem gleichnamigen Kurs schaffen Sie es, Ihre Lesegeschwindigkeit innerhalb weniger Tage zu verdreifachen. Mindestens. Und nicht nur das, Sie werden auch wesentlich mehr von dem behalten, was Sie in diesem Blitztempo gelesen haben. Sie werden vom ersten Tag an von diesem Kurs handfest profitieren. Denn zum Üben können Sie Ihre eigenen Texte verwenden. Benutzen Sie beispielsweise jene E-Mails, die bei Ihnen aufgelaufen sind. So steigern Sie Ihr Lesetempo und arbeiten gleichzeitig Ihre geschäftliche Korrespondenz systematisch ab. Genial, oder? Lassen Sie sich helfen von meinem Kurs Speedleser. Treiben Sie Ihre Lesegeschwindigkeit radikal nach oben und damit auch Ihren Erfolg im beruflichen und privaten Bereich. Beidegültig. Beidegültig. Vielen Dank.